Hi, Alexei hier. Willkommen zum nächsten Video und in diesem Video ist es ein kleines How-to. Ich werde oft gefragt, sag mal Alexei, wie kopierst du denn eine bestehende Microsoft Liste, die Struktur? Wie kann ich die 1 zu 1 in eine andere Liste verwenden, ohne dass ich erstmal alles neu bauen muss? Und das möchte ich kurz mal zeigen. Das ist super easy und funktioniert auch sehr gut. Nehmen wir als Beispiel mal, ich bin jetzt Microsoft Teams angemeldet und habe dort ein Team und verschiedene Kanäle und hier ist ein Kanal. Den habe ich mal genutzt in einem anderen Video und zwar geht es hier darum, ich erfasse Überstunden für Mitarbeiter oder die werden beziehungsweise automatisch erfasst. Und ich möchte einfach diese Struktur, Kollege sagt, ich möchte die Struktur 1 für 1, 2, ich würde auch Titel Mitarbeiter vorgesetzten am Start, Grund, also diese Spaltenarten und so weiter. Das finde ich super, das wäre jetzt easy, selber schnell nachzubauen, aber sagen wir etwas Größeres, Kompliziertes mit verschiedenen Formatierungen noch, möchte ich ganz gerne auch in einer anderen Abteilung einen Kanal haben. Ich möchte nicht diese Liste einbinden, sondern ich möchte eine eigene Liste bauen, aber die soll die Spalten alles beinhalten. Kann man das kapieren irgendwie? Und das geht sehr schön und sehr schnell. Wir nehmen mal einfach Buchhaltung, wir nehmen mal allgemein und wir gehen hin und sagen Registerkarte und das ist eine Microsoft Liste, die ich haben möchte. Ich gehe auf Lists, mag alles verschiedene Wege machen, über Shepard Online oder Dings, das wäre jetzt über Teams der Weg. Ich sage nicht, vor allem eine Liste hinzufügen, sondern das wäre, wenn ich eine Liste, die es schon gibt, einmal noch auch hier in diesem Register, hier als Registerkarte eintragen möchte. Das wäre aber nicht das, was der Kollege möchte. Der Kollege möchte einfach eine komplett eigene Liste, nur mit denselben Spalten, die ich neu bauen muss. Also quasi die Shepard Online-Seite, die Webseite auszuwählen, wo das drin ist, von wo ich quasi kopieren möchte, das Ganze. Und das ist von der Verwaltung. Und zwar hier wird direkt angezeigt, welche Liste es gibt und ich möchte jetzt die Liste haben. Okay, auf weiter. Dann gebe ich den Namen und zwar ist es nicht Überstunden oder was anderes, sondern, okay, Überstunden und dann als Beispiel für die Buchhaltung, ne? So. Ob das ja Sinn macht, ist ja egal. Es geht darum einfach, dass ich zeige, wenn eine Liste erstellt wird. Hier kann ich ein paar Sachen nur anpassen, beschreiben, geben und sage erstellen. So. Zack. Und dann kriege ich meine Liste komplett eins zu eins. Nur halt ohne Hinheiten, logischerweise. Die Inhalte sind ja hier. Da wird die Struktur einfach mal eins zu eins kopiert und ich kann das hier jetzt hier auch in anderen Teilen nutzen. Im Background habe ich natürlich eine eigene Liste jetzt in dieser Shepard Online-Seite, beziehungsweise in diesem Team. Super easy, super schnell. Ja, diejenigen, die das vorhin gefragt haben und interessiert, der freut sich das Video bestimmt. Wenn Sie das noch nicht kannten, können Sie es ja für sich abspeichern und wissen, wie das jetzt geht, wie das geht, wenn Sie es mal brauchen. Ansonsten freue ich mich, wenn das Video trotzdem gefallen hat. Also auch, wenn Sie mir davon nicht hatten, sage ich mal, brauche ich trotzdem mal Daumen hoch. Und wenn Sie Kanäle nicht abonniert haben, gerne abonnieren. Gehen Sie immer wieder, ja, Informationen und Inhalte, Videos zu Microsoft 365, Teams, Power Automate, Shepard Online und die Anpassung und Entwickelung von agilen Prozessen für das Unternehmen. Ich freue mich auf das nächste Video. Viel Spaß damit, falls Sie es nutzen und bis nächstes Mal. Das war Alexei. Ciao. 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 Ciao.